Empire Earth Und ja, Leute, wie gesagt, wir waren hier in dieser Dauerverteidigungsmission, haben hier unten schon eine Festung platt gemacht Und in dieser Folge schaffen wir hoffentlich mal die beiden anderen Sachen da Gut, Leute, der Bürger, der kann bitte die Türme weiter aufbauen So Gut, dann können wir nämlich loslegen Ich hab... Wer schießt da schon wieder? Hier, Manni, los, mach die kaputt Ach, du Heilige Ja, das ist... Wir können halt keine Flax bauen hier, ne? Das ist das Problem Das macht der schon wieder Partisanen, bitte stehen bleiben Ihr bitte alle stehen bleiben Weil dann können wir jetzt nämlich loslegen So, dann müsste ich die nochmal bitte gruppieren Genau, und ihr bitte auch stehen Auch stehen bleiben und wer wäre oben, die haben wir schon wieder angegriffen Flugzeuge Flugzeuge hier unten Ja gut, dann... Das machen die Partisanen Ganz genau Schieß sie ab Damit der Manni am Leben bleibt hier So Weg damit So, da kommen nämlich die Panzer wieder Aber Wir haben den Manni, Leute Wir haben den Manni Jetzt zieht richtig viel ab gegen Panzer Zack Und weg damit So, Leute, so muss das sein So Was machen die denn da? Duff Boys wieder hier Bamm So, weg damit Liebe Leute Einfach durchfressen hier, los Einfach durchfressen Oh Moment, ich kriege gerade eine andere Idee Ich kriege gerade eine andere Idee, liebe Leute Das werden sie tatsächlich Gut, Leute, dann könnt ihr hier diesen Turm im Arsch machen Und vor allem diese Artillerie wegmachen Und ihr macht bitte diesen Ballon da weg So Ach, du Heilige Das ist schon einiges, ja Gut, ihr könnt euch wehren Sehr gut, ihr könnt euch wehren Alles klar Gut, liebe Leute Artillerie platt machen Was hat der hier alles stehen, ne? Das ist unfassbar, liebe Leute Unfassbar Meine Angriffsarmee ist schon weg Das gibt's ja wohl nicht So, dann schick ich nämlich gleich diesen Ballon mal hier hin Das ist nämlich Das ist nämlich eine Idee, Leute Dieser Ballon Schick den mal hier hin So Und ihr, ihr werdet bitte Werdet bitte diesen Panzerplatz machen Zum Glück könnt ihr hier keine Einheiten überfahren Das ist das Gute hier im Empire Earth Äh Wo denn jetzt schon wieder, hä? Was schießt er auf meinem Manikon? Ey, das reicht nicht, ne? Das ist unglaublich Das reicht nicht Ja, toll Wenn der kaputt geht, ist, glaube ich, Ende, ne? Mit der Mission Oder was? Oder was? Was ist das hier? Wir haben den Beobachterballon verloren Ohne ihn ist unsere Artillerie nutzlos Verloren? Nö Okay Gut, egal Gut Dann baue ich jetzt keine Artillerie mehr Ich baue nur noch Haubitzen So Panzer kann ich keine mehr bauen Das ist blöd Aber nicht schlimm Gut Dann werde ich jetzt nämlich mit ein paar mehr Flugzeugen arbeiten Tatsächlich Dann bauen wir ein paar Jäger Und drei Und einen Bomber, genau Einer reicht da erstmal So, liebe Leute Die gehen sterben Schon mal gut Und ja, dann haben wir uns hier schon mal ein bisschen durchgefressen Hier haben wir ein Loch reingerissen Was zur Hölle Was zur Hölle Aha, okay Die Türme da stehen Sehr gut Alles klar Bum bumm Ja, ich hab's gehört Sehr gut Ja, dann müssen wir halt hier hin Und Was denn für eine Artillerie? Was meinten die für eine Artillerie? Ich glaube Das war glaube ich gerade Eine Leiche Eine Leiche Okay, Leute Egal Das war glaube ich gerade ein bisschen sinnlos Was ich da gemacht habe Dass ich Ach du Scheiße Was macht der denn da? So viele Winniken Ja gut, aber die kriegt der hin Die kriegt der platt Die kriegt der alle platt Ja Da der zum Glück nicht auf die Bunker schießt Kriegt der die platt So Sehr, sehr gut Wir können weiter bauen So Und deutsche Infanteristen Also genau Deutschland gegen Frankreich Erster Weltkrieg Oh mein Gott So Ach du Heilige Die haben echt den Turm angekratzt Schon nicht schlecht Ja Schon nicht schlecht Gut, dann gehen wir reparieren Machst du den mal kaputt? Kann ja nicht sein So, was haben wir hier? Flieger wieder Genau dafür habe ich die Jäger gebaut Leute Schaut euch die an Gut, dann brauchen wir noch ein paar Partisanen Bauen wir einfach 10 Stück Hier oben kann ich auch noch mal ein bisschen unterstützend Einheiten bauen So Und ja, der Bürger repariert den Turm Dauert lange Aber ist okay Hauptsache es wird repariert Und Ja Dann haben wir hier wie gesagt schon eine Schneise Eine kleine Schneise reingerissen Hier oben müsste ich eigentlich mit Artillerie arbeiten Aber Kommt Ist in Ordnung Oder? Kann ich mir eh nicht leisten Also von zwei her Ja Hat auch jetzt eine Ja gut, dann bauen wir halt eine Einmal Artillerie, liebe Leute Der rote Baron Geht sich aufladen Was ist da schon wieder? Versucht er immer mit Manneken hier, ne? Das ist, ey Unfassbar Oh Drei Panzer Und ein Manneken Ja gut, dann Dann macht die halt im Arsch Ne, schaff's nicht Kollege, schaff's nicht Ne, die stehen zum Glück in einem Krankenhaus Deshalb Ja, mach den kaputt Jetzt lass mich doch einfach mal in Ruhe, Franzose Ist das, ist das machbar, ja? Ist es möglich, dass du mich in Ruhe lässt? Mann Ja, das meine ich halt Drei Fronten krieg Na, hier unten Hier in der Mitte Und hier oben Aber gut Wir Fokussieren uns immer auf eine Front Macht die mal ein bisschen Ja Ein bisschen besser So Jetzt seht ihr da oben Ist auch schon wieder So, liebe Leute Maschinengewehre Könnt man ja eure Arbeit verrichten Die sind nämlich optimal gegen Infanterieeinheiten Die können wir auch mal ein bisschen stärker machen Tatsächlich So Deutsche Infanteristen Sehr, sehr gut Der Bürger, der kann wieder hier Ressourcen sammeln Und was ist Was haben wir hier? Nix Sehr gut, okay Alles klar, Leute Die Partisanen Machen eine gute Arbeit So, Partisane bitte Hier Du bist auch ein Partisan, ne? Gut Dann bleib ich erstmal bitte hinten Die Bomber Die Bomber Wie kann ich die denn einsetzen? Ich schieße auf Stacheldraht Was will der mit dem Stacheldraht? Tse Naja, gut Okay Da sind noch zwei Partisanen Sehr, sehr gut Und dann haben wir auch schon wieder Bevölkerungslimit Gut, liebe Leute Dann Geht ihr bitte damit hin Und dann würde ich sagen Gehen wir gleich mal angreifen Jawohl Mein Kommandant So, ihr sammelt euch mal bitte hier oben Gut, und wenn die Sachen oben sind Dann werde ich mal angreifen Gehen wir los Dann mache ich erstmal das hier kaputt Weil das nervt auch ziemlich Und ja, dann haben wir das hier geschafft Müssen wir uns nur noch hier durchfressen Dann machen wir das Gut, liebe Leute Dann Angriff Angriff, los Ich weiß Infanterie gegen Bunker ist immer scheiße Ja Aber Kommt Die Masse macht es dann halt einfach Dann macht es einfach die Masse So, macht bitte diesen Bunker weg So Alles klar, Leute Und zack Sehr gut Gut, ihr macht So, gut Dann baue ich hier einfach nach Gut Ach du Scheiße Diese Artillerien, ne Die sind so heftig, Leute Diese Artillerien So Jetzt kommt Ach du heilige Heilige Scheiße Gut Leute, egal Ähm Das haben wir Wo sind die Partisanen? Die sind noch da Okay Ja, dann Was kriegt ihr hin? Gut, Leute Ihr macht hier oben das Zeug im Arsch Partisanen Wo bleibt ihr? Ja Dann macht hier oben das Zeug im Arsch Ganz genau, Leute Diese Drecksflugzeuge von ihm, ne Wirklich nervig Richtig nervig Und Bams So Macht diese Dreckskaserne im Arsch So Leute Macht diese Dreckskaserne im Arsch So Dann wehrt euch So Ach du Mein Gott Mein Gott ey Diese Drecksflugzeuge von ihm Wirklich So Macht die im Arsch Bitte Macht die Scheiße im Arsch Ey, wirklich So Der baut noch Boah Dann kann ich jetzt Wieder neu aufbauen Das ist Ja Zack 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 Ja gut Komm Kein Holz mehr Warum hab ich denn kein Holz mehr Verdammt Ja Flugzeuge Ach Gott So Einmal ein paar Einheiten bauen Einfach Partisan sind wieder weg Äh Wie blöd muss man sein Einmal mit Profis arbeiten Ey Mann Gut Leute Partisanen Fünf Stück am besten Die reichen erstmal So Weißt du was Maschinengewehre Helft mal Los Oh Gott Ja gut Okay Was Versuchst du da Sehr gut Und was machst du da Bleibst du hier Mensch Ey Wie viele Einheiten der baut Ne Ist unfassbar Tch Der baut so viele Einheiten So Mach jetzt bitte diese Kaserne hier oben weg Nein Wobei die ist ja schon kaputt Diese Zelte hier Mach die mal weg Was macht die denn Oh Was Macht ihr Ihr sollt hier oben hin Äh Dahin Und nicht draußen rum fahren Nicht außen rum fahren So Haben wir die jetzt endlich erledigt hier oder was So Maschinengewehr Ja Ah Ach du heilige Boah Das ist viel Das ist viel hier Schaut euch das an Das ist heftig Leute Das ist wirklich Wirklich heftig So Alles klar Gut Dann brauchen wir noch mehr Haubitzen hier So Ach Leute Leute Das ist echt ne Anstrengende Mission So dann mach den halt kaputt Ja Nervlich Alles klar Da macht die halt Oh der mit seinen Duff Boys Wirklich Der mit seinen Duff Boys So Blecherlich Wirklich Und ihr fahrt mit hin Na das gut dann Bevor ich jetzt alle hier verschwende Sammelt euch einfach mal da So Alles klar Leute Ach du Scheiße Drei Panzer Okay Psst Schießt wieder auf die Äh Maschinengewehr Schießt den Arzt ab So Nein 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 Um Gottes Willen So Einfach in die Türme ziehen In die Türme ziehen In die Türme ziehen So In die Türme ziehen Nicht auf die Manneken schießen So Ja gut dann So Die Türme Die kriegen das schon hin Ey So ein Pender ne Schießt der meine Bürgerplatt hier Gut Dann Boah Das ist eine Mission Die wird doch langsam heftig Also muss ich sagen Leute Muss ich wirklich sagen Wirklich krass Geht mal Holz hacken Braucht schneller Holz hier Der Vogel Ui Sind das acht Äh Es sind auch nur sieben ne Nimm nochmal einen Bürger Bitte So Ich brauch mehr Artillerie Ja das könnte auch Das könnte auch schon Reichen Was macht ihr denn da Bleibt doch mal stehen da Mensch Ihr seid so bescheuert Wirklich Partisanen Ja gut Dann Äh Noch ein Flieger Hab ich Partisanen Ich hab Partisanen gebaut Sehr gut Kommt schon Mach diese Flieger im Arsch Nein das ist Ach Leute Partisanen Die sind nicht gerade Stark Oder so Ja Aber die können halt Auf Flugzeuge schießen Und das ist wichtig Hier Ach Leute Die machen mir Alles im Arsch Verdammt Keine Artillerie Ist übrig geblieben Ey Ey Achso Okay Boah Noch mehr Menikin Verdammt nochmal Also langsam wird's krass Muss ich sagen Gut Dann marschiert mal Los Ich hab jetzt keine Lust mehr hier drauf Wirklich Pss Französische Ey Was machst du da Danke Für nix Dumm Ey Wirklich dumm Na gut Egal Lass die sich mal da aufreiben An den Türmen Ist in Ordnung Ähm Jo Dann Ganz viele Ärzte So Weg machen Ach du Scheiße Äh Pff Alter Okay Ähm Was war das denn Ja super Toll Ich kann dem Ach Okay Gut Dann brauch ich einfach nur Panzergeschütze Ich brauch einfach ganz viele Panzergeschütze Für die Artillerien da Dass ich die mal wegkriege Oh das ist Boah das ist die erste Mission Wo ich mich richtig 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 Konzentrieren muss Wirklich Leute Wow Das ist schon eine krasse Mission Ja Zum Glück haben wir hier Endlos Ressourcen Und noch ein bisschen Zeit Und noch ein bisschen Zeit Die halten auch nichts aus Was ist denn gut gegen Ein Bomber Moment mal Ein Bomber Da muss ich noch die Flugzeit ein bisschen Modifizieren Aber ein Bomber Könnt ihr theoretisch hier hin Und die ganze Artillerie platt machen Das reicht natürlich nicht Ne Gut dann machen wir den Radius Ein bisschen größer Und die Geschwindigkeit So Nochmal sammeln Nochmal sammeln Weil die Artillerie ist gegen Infanterie echt stark Muss ich ganz ehrlich sagen Aber der Bomber Ob der bis hier hinten Hindurch kommt Ist nochmal ein anderes Thema Ob das reicht von der Flugzeit her Das ist jetzt Das ist jetzt die Frage Das ist die Frage Reicht das Dem Bomber Der will nämlich wieder hier nerven Ne Das ist Der will Manni komm mal her Mach den Oh Nein Pender Hat er den Grad noch so Grad noch so weggekriegt Ey Unfassbar Ey Der mit seinen Duff Boys Wirklich Hat er den Grad noch so Ah Manni Der Manni Der kann da auch mal hinfliegen Gleich Das ist Das ist noch ne bessere Idee Kein Bomber Einfach Manni nehmen Boah Was das für ne Mission ist Ey Ohne Scheiß Muss ich mich wieder neu sammeln Hier Drei Drei Meine Frau telefoniert drüben Alles klar Dann brauche ich nochmal ein paar Partisanen gleich So Und hier oben noch ein paar Geschütze So Bam 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 Aber es macht Spaß Also es macht Spaß Ähm Ja Es macht einfach Spaß hier mit Manni rumzufliegen Und Den roten Baron in Action zu sehen Und halt einfach Ja Weltkriegsmission Erster Weltkrieg Ja Leute Hoffe euch das Hoffe euch das nach wie vor auch gefällt Hier Macht die kaputt los Die schafft ihr Das sind nur Duff Boys Himmelwärts So die Hälfte der Flugzeit ist um Aber er kann nochmal ein bisschen drauf ballern Genau Leute Dieser Diese Artillerie hier weg machen Tö Unmöglich Leute So Jetzt noch einmal den platt machen Boah Die werden hochgeheilt Diese Artillerie Die ziehen echt viel ab Aber gut Liebe Leute Ich prob Was ist denn mit dem los Na gut egal Ähm Jo Seht ihr die haben das geschafft Die Duff Boys Die sind nämlich nicht gerade stark Die Dinger Die Dinger sag ich schon Die Typen Die sind nicht stark Ne So Dann Weißt du was Ich geh jetzt nochmal dahin Team 1 einfach Mach diese scheiß Dinger im Arsch Wirklich Die nerven doch da Das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein Wie gesagt Ich hoffe dass das jetzt ausreicht für da Weil dann können wir nämlich endlich Den finalen Die finale Armee aufbauen Oh man Tschüss Ja gut Ja gut Ähm dann Ja sehr gut Wir werden angegriffen So Und drauf da Los Direkt drauf ballern Ach du Scheiße Leute Schaut euch das an Ah aber Panzergeschütze Leute Panzergeschütze Die bringen was gegen die Artillerie Sehr gut Panzergeschütze Ach du Heilige Dann weiß ich Bescheid Äh Was Na gut Nö Dann Äh Reparieren Los Ist wieder einer reingekommen Ne Hier ist wieder so ein Penner reingekommen Naja gut Meine Güte ey Gut Panzerabwehr Okay Panzerabwehr Sehr gut Dann Panzerabwehr So Leute Dann Reparieren Partisanen nachbauen Und hier unten Manikin nachbauen So Liebe Leute Wir werden angegriffen Dann können wir gleich hoffentlich Zum finalen Schlag übergehen Hm Wer weiß Boah Ey Leute Der mit seinen Duff Boys Die nerven Der mit seinen Scheiß Soldaten Wirklich Die nerven Doch einfach nur Die haben keine Chance Gegen Maschinengewehre Wo kommen die eigentlich her Würde ich auch mal gerne wissen Naja gut Egal Ähm Ja Leute Eine Folge Und wir sind nicht weitergekommen Wir sind nicht wirklich weitergekommen Wir haben hier hinten immer noch diese Artillerien Stehen Der kommt immer angeschissen Äh Ja Die erste Mission die drei Folgen dauern wird Wahrscheinlich So So dann Bewegt euch mal dahin Und dann hoffe ich mal Dass die mal ein bisschen Schaden machen können An den Kack Artillerien Nee Wirklich So Meine Fresse Gut Gut Ähm Mach die kaputt Mach die bitte kaputt Die Scheißdinger da Die machen so viel Schaden an meiner Infanterie Ne Das ist unfassbar Bam 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 Da So wegmachen Und fahren Wegmachen Ah Seht ihr Die Die sind Die sind dafür da für die Artillerie Sehr gut Mach die Ärzte weg So Die heilen sich gegenseitig hoch Ja gut dann Die heilen sich gegenseitig hoch Ey Unglaublich So Dann den nächsten Arzt hier wegmachen Mach die Ärzte weg So Dann den hier wegmachen So Alles klar Leute Sehr sehr geil Wir haben die Artillerie hier weggekriegt Und wo werden wir schon wieder angegriffen Boah Ach du Heilige Ach du Heilige Okay Jetzt kommt er aber Ordentlich angeschissen hier Ähm Ja Ach du Raus da Uff Raus da Um Gottes Willen Ey Nicht alle meine Einheiten Was sind meine Panzergeschütze Die sind auch wieder weg Ne Ja Voll auf den Bürger Klar Tss Ach du Heilige Das meine ich mit heftige Mission Liebe Leute Das meine ich mit heftige Mission Schaut euch das an Jetzt kommt er mit der Artillerie angekackt Jetzt kommt er mit Artillerie angekackt Ja Schaut euch das an Ach du Heilige Ey Boah Krass Leute krass Oh Panzerabwehrgeschütz Ey dann helft Dann helft Wenn die Tüme das nicht hinkriegen Dann helft einfach Boah Also jetzt will das wirklich wissen hier Jetzt will der Franzose es wirklich wissen Oh mein Gott So Weg machen Gut Hier wird noch mal Hier wird noch geballert Ne Immer noch Ja Oh Krankenhaus ist fast kaputt Okay Gut Dann Krankenhaus reparieren Gut Das haben wir verteidigt Liebe Leute Heftig heftig Ja Ja Aber ich glaube Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Ruhe Können uns vernünftig vorbereiten Ich war jetzt einfach Panzerabwehrgeschütze Was soll das denn So ist das reparieren So Maniken Und wer kämpft da wieder Och Gott Aber ich hab Panzerabwehr Das ist gut Panzerabwehr gegen Panzer ist natürlich Immer gut So Weg damit Panzerabwehr gegen Panzer ist immer perfekt So Dann brauche ich jetzt eigentlich noch Eisen und Holz Holz brauche ich Ja gut Okay Dann gehe ich Holzhacken los Puh Ja Das ist schon anstrengend Aber Mit dem Trupp gehe ich mal hier hin So Weil das könnte nämlich jetzt passen Dass ich jetzt hier zumindest Ein bisschen Fortschritt habe Wir werden angegriffen Ach Was zur Hölle So Dass ich jetzt hier ein bisschen Fortschritt habe Und ich jetzt zumindest diesen Bereich hier Weg machen kann Ja ich hab Panzerabwehr dabei Alles gut Meine Güte ey So Haben wir es jetzt Können wir ein bisschen mehr aushalten Na schade Ah da sind natürlich Flugzeuge bei Und noch Artillerie Oh man Okay Na gut Na dann Mach die weg Mach die Scheiße weg Panzer wegmachen So Meine Güte Haben wir es bald Da kommt doch schon wieder mit Ärzten Was will er mit den Ärzten So Leute Und dann schon wieder eine Artillerie gebaut Nö Das reicht nicht Boah Mensch Puh Das ist schon Ja Da muss man echt Ich brauche einfach Die Panzerverteidigung Mein Gott Puh Leute Wir haben zumindest schon mal hier ein bisschen was weggemacht Aber Wisst ihr was Ich mach die Folge einfach ein bisschen länger Ich mach die Folge einfach ein bisschen länger Was soll denn das So Kurz meine E-Mail Checken So Einen Moment So Alles klar Leute Ja wie gesagt Normalerweise wäre die Folge vorbei Aber ganz ohne Fortschritt Möchte ich die Folge auch nicht lassen Deshalb Ja Mach ich die mal 10 Minuten länger Die Folge Ganz ohne Fortschritt Geht natürlich auch nicht Ist klar Gut Leute Dann lasst die mal ein bisschen mehr aushalten Ein bisschen mehr Reichweite Ja gleich dann Ist auch doof Dass wir keine Panzer kriegen Oder so Ne Das ist richtig Das ist richtig doof Aber gut Dafür bauen wir jetzt die Panzer Abwehr Oh Das sind schon wieder Die Duff Boys Schau mich das an Die Duff Boys hier Ja So Die schießen im Gleichschritt Gleichtakt hier So Ähm Turm reparieren Gleich Turm reparieren So Moment Hier So Turm reparieren So Los Genau Da kommen die Einheiten an Das Holz Das geht mir langsam Echt auf den Piss Hier So Geht doch hier hin So Alles klar Leute Gut Der repariert Schon mal gut So Die halten glaube ich auch viel aus Gegen Artillerie Ne Oh Wir können Kugelschutz erweitern Wir können Kugelschutz erweitern Dann mach ich das gleich Wenn ich mal genug Holz haben Tja Leute Ich hoffe es geht euch gut Soweit Mir geht es sehr gut Nur diese Mission ist halt echt heftig Ich möchte gerne diesen Stützpunkt hier noch erobern Es ist nicht mehr viel Tatsächlich Es ist nicht mehr viel So Noch ein paar Partisanen dabei packen Die auf die Flugzeuge schießen können Und Money Du Du kannst gleich auch mal ein bisschen helfen Der kann hochfahren Dann haben wir doch wieder einiges hier Ja Ja das Ding ist Die brauchen halt 170 Holz Ne Das ist Das ist heftig Leute 170 Holz Ja Ja das ist Money Komm mal her Du Sportsmann du Komm mal her Und scouten mal ein bisschen für uns So Panzer Dafür habe ich die Panzerabwehr So Weg machen Weg machen So weg machen Weg machen So sehr gut Wo ist Money Hier ist Money Oh Da kommt er schon wieder mit So scheiß Duff Boys So Mach die Duff Boys weg So Money Gibt es hier noch was Und eine Flak auf jeden Fall Okay Eine Flak Ansonsten nur Ach du Heilige Okay Nur Flugzeuge Pfff Okay Dann lock die mal hier rein Das überlebst du locker Money Komm Lock die hier rein bitte 10 9 8 7 Ja Komm Komm Jawoll Das passt Sehr gut Abschießen Abschießen Einfach abschießen So Einfach abschießen Hallo Bleibt ihr mal bitte hier So Abschießen Einfach Gut Also ich brauche definitiv da Partisanen bei Okay Gut Dann bauen wir hier noch Drei Drei Kanonen Hier nochmal Zwei Manneken Hier unten nochmal Ein paar Manneken Und dann haben wir das gleich So dann haben wir gleich nochmal einen Angriff zusammen Was Was zu Ihr sollt da stehen bleiben Verdammt Und Ja Leute Wie gesagt Sieben Minuten Haben wir noch in der Überzogenen Version Und Einbauen Bauen Ja So Alles klar Schaff's nicht. So, jetzt kommt er nämlich auch mit den Flugzeugen hier an. Abschießen. Einfach abschießen. So. Einfach abschießen, die Kackflugzeuge, eh. Problem ist nämlich, wir haben keine Flakpanzer. Oder ist das ein Flakpanzer? Nee, das ist nur ein Lastwagen. Ich weiß gar nicht, was der bringt, aber gut. Leute, ähm, da würde ich sagen, wir machen betracht dessen, dass wir nur noch fünf Minuten haben. Geh ich mal los. Geh mal angreifen. Ja, los, Leute. Und speichern. Ganz wichtig, speichern. Und dann hoffe ich mal, dass wir das endlich mal schaffen hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die sind bitte Team 2. Und Team 1, das hat wieder einen Bürger drin, ne? Ja, da ist wieder ein Bürger dabei. Ja, super. Egal. Leute, ähm, gut, ihr seid bitte Team 2. Ihr seid Team 1. So, ach, Handy-Mensch. So. Gut, alles klar. Ihr kriegt die? Nee, die kriegt ihr leider nicht. Ach du Scheiße. So viele Duff-Boys. Unfassbar, Leute. Unfassbar. Ja, gut, egal. Dann lasse ich die jetzt... Oh, da... Nein. Da hat er wieder Artillerie nachgebaut, der Penner. Wirklich? Verdammt. Da hat der Sack wieder Artillerie nachgebaut. Ich glaub's nicht. Da hat der Penner wieder Artillerie gebaut, ey. Verdammte Scheiße. Ist das krass, ey. Sein Ernst? Dann schieß einfach mit der scheiß Hobbitze da rein. Boah. Das ist ja übertrieben, Leute. Das ist ja richtig übertrieben. Übertrieben, was der da hat. Okay, Leute. Dann muss ich das nochmal laden. Weil ich möchte jetzt nicht nochmal neue Einheiten bauen. Was ist das denn? Gut, ich brauch mehr Panzerabwehr. Verdammt. Ich brauch mehr Panzerabwehr. Was ist das für ein Dreck? Da hat er wieder Artillerie nachgebaut, da oben, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Scheiß Trigger. Wirklich. So. Da kommen diese Duff Boys wieder. So. Wir werden angegriffen. Einfach weiterlaufen. Einfach reinziehen. Einfach reinziehen, die Kacke. So. Dann kaputt machen. Dann bitte kaputt machen. Ähm, ja. So. Dann könnten wir theoretisch... Nee. Okay. Gut. Dann wieder zurück. Kommando zurück. Euer Befehl zu diesem Zahn. Dieser Bürger kann bitte, ja, Bäume sammeln, beziehungsweise Holz sammeln, genau. Ich hab nur noch eine Panzerabwehr. Was soll das denn? Och, Leute. Ihr geht mir auf den Piss, ehrlich. Mit so den scheiß Artillerien da hinten. Okay. Gut. Das mit dem Bomber hat nichts gebracht. Das mit Money hat nichts gebracht. Wie soll ich das machen, wenn er da hinten immer, immer wieder Artillerie aufbaut? Gut. Dann gehe ich jetzt mal nur mit... Nur mit den Sachen hier hin. Dann wird die Folge halt 45 Minuten lang. Ja. Dann ist das halt so. Äh. So. Das... Die nervt ja richtig, die Mission. Das nervt ja richtig. Ja, dann... Dann macht die Panzer weg. Die Panzer könnt ihr wegmachen. Ist kein Problem. Der Panzerabwehr da. So. Und warum kommt der nicht hier hin? So. Gut. Leute. Brümse. So. Gut. Dann... Macht bitte diese Drecksartillerie hier oben. Endlich weg. Verdammt nochmal. Ist ja echt nicht mehr feierlich hier. So. Dann ist das meine Vorhut. Kann ich hier mal ein bisschen nochmal nachbauen. So. Die machen bitte mal wieder die scheiß Artillerie weg. Damit ich mit den anderen gleich hier eine Lücke reinschneiden kann. So. Wegmachen. Direkt wegmachen. Die Scheiße. So. Französische Festungen. Boah. Alter Schwede, ey. Das ist echt nicht mehr feierlich, was die hier haben. Das ist echt nicht mehr feierlich. Mach die Scheiße weg, Mann. So. Gut. Dann haben wir jetzt hier unseren Angriffstrupp. Und können direkt hier marschieren. Mein Gott. Jetzt... Duff Boys. Dammt nochmal. So. Leute. Direkt hier hinten hin. Und direkt im Arsch machen. Die Kacke. So. Gut. Leute. Alles klar. Macht diese Drecksflugzeuge weg. Oh. Nein. Es sind noch drei Stück da, ey. Unfassbar. Wirklich. So. Jetzt. Wir können draufschießen. Sehr gut, Leute. Dann schießt ihn weg. So. Alles klar, Leute. Gut. Dann können wir jetzt endlich mal hier ein bisschen was reinschneiden. So. Leute. Oh. Was zur Hölle. Was zur Hölle, ey. Wirklich. Einfach ausweichen. Na ja, gut. Der hat noch mehr Artillerien da. Was macht der denn da? So. Gut. Alles klar. Ihr. Geht bitte direkt nach da unten. Und macht die Kacke weg. Los. Flugzeuge, ey. So. Leute. Macht die Scheiße weg. Wirklich. Kein Bock mehr da drauf, ey. Wirklich nicht. Da. Einfach weiterfahren. So. Wegmachen. So. Der mit seiner Artillerie. Ey. Wirklich. Wir werden angegriffen. Was das für eine Mission ist, ne? Äh. Maschinengewehr wegmachen. Sofort wegmachen. So. Macht diese Dreckskaserne hier weg. Los. Sieben. Ach. Ist schon weg. Ja, okay. Dann. Französische Armee. Weg mit diesen Scheißzelten. Der sammelt sich da wieder, ne? Der sammelt sich da wieder, ja? Eis kalt, ey. Eis kalt, ey. Der sammelt sich da wieder mit so Scheißärzten. Oder was? Ja, stell die Artillerie einfach da ab. So. Gut, Leute. Noch einmal vorbereiten. Aber ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen einen Grundstock da hinten. Alles klar. Dann. So. 2-2. Sehr gut. Nochmal aufbauen. Aber die Artillerie steht hier. Bzw. die, äh, Haubitzen stehen. Schon mal gut, ey. Wirklich. Das ist ja übel, das Zermürbentier. Meine Güte. Und der Jäger wieder von ihm. Oh, Mann. Französische Flieger. Ja. Egal. Leute, jetzt kann er da oben zumindest nichts mehr ansammeln, wenn ich hier was stehen habe. Wir werden angegriffen. Wo werden wir wieder angegriffen? Oh. Die nerven noch, ne? So. Mann. Och, Mensch, Leute. Hört doch mal auf. So. So nervig, ey. Ach, du. Ja, gut. Das war's dann. Pfff, pfff, pfff. Scheiße. Alter Schwede. Alter Schwede, Leute. Ist doch nicht wahr, wirklich. Wieder zurückziehen. Oh. Das ist die Mission, wo ich... Ja, ja. Das ist die Mission, wo alle meinten, dass es richtig, richtig scheiß Mission ist. Nein, doch nicht. Was macht ihr? Das ist so bescheuert, was die da machen, ne? Ich könnte hier langsam echt auf meine Zähne beißen. Verdammt noch mal. Und wieder nachbauen. Oh. Mann, Leute. Gut, egal. Ähm. Gut, Leute. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mir doch mal trotzdem mal gerne mein Like oder Abo da. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Abstand von der Mission. Oder Moment. Was versucht er da wieder? Moment. Da versucht er wieder mit Ärzten hier irgendwas zu machen. Da versucht er wieder irgendeine Scheiße hier mit, ne? So. So. Der versucht nämlich wieder irgendwas. Ganz genau. Da war wieder ein Duff-Boy-Angriff. Gut, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne mal ein Like oder Abo da. Er würde mich sehr freuen. Und ja. Da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.